liebe gaming freunde meine damen meine herren liebe fans von disney dream light rally wir gehen jetzt mal einen quest machen und zwar den quest von dagobert schauen wir mal ob er daheim ist er denn daheim das klo ist sehr witzig morgen morgen künstlerisches ding hier ja da ist ja ich muss mit dir sprechen gerne einen schönen tag noch hi hallo dagobert wie geht es dir sei gegrüßt nils suchst du nach einen suchst du nach deiner nächsten investition nun ich habe jeden tag neue angebote tatsächlich brauche ich deine hilfe die sonnige ebene ist mit knochen übersät und gar habe ich gebeten sie für ihn zu beseitigen typisch weißt du wenn du immer dieses und jenes für ihn tust wird er es nie lernen du hilfst mir nicht ihm ich nehme an du hast recht du tust dem dorf einen gefallen und meine geschäft und mein geschäft wird stark von der neuen produktion produkten der sonnigen ebene profitieren ja aber das kann muss lernen nicht alles zu zerstören und zu erwarten dass jemand anders kommt und seine probleme für ihn löst hört hört diese form sollte deine schaufel stark genug machen um die knochen zu entfernen moment mal wie funktioniert sie brauche ich noch etwas anderes dafür das wirst du aber ich bin nicht im schaufel reparatur geschäft tätig vielleicht kann es gar dir helfen freundlichsten dank der klasse oder wo ist ein voli voli man kann das tatsächlich noch mal ausbauen sei gegrüßt nachbar die verbesserung des ladens bedeutet ein größeres gebäude mehr platz für große möbel und eine weitere schaufensterpuppe um all die schönen kleider zu repräsentieren ein besseres angebot kann man sich nicht wünschen auf wiedersehen meine güte jetzt ist es aber toll da ist ein schaufenster da ist ein schaufenster ist natürlich ein bisschen durch diese durch dieses ding hier war es ist noch mal ändern da sieht man ja gar nichts machen das mal hier her aber da steht es genau in der mitten ja 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 da steht es genau in der mitten ist da doof dann tun wir es halt daher machen warte mal wir tun mal den runden kreis hier weg den kann man auch hier vor jahren stellen wir einfach in die in der mitten steht er gut hat das ganze dorf neu zu machen das wird eins der aufgaben die wir mal in den nächsten irgendwann einmal ziemlich am ende machen werden so jetzt finde ich nicht mehr was ich machen wollte wo habe ich mich jetzt das ding hin ach hier dieser komische busch stellen dann halt daher so und dann kann man sich das hier mal wieder in richten richtig schön anschauen auch die dinge hier hier bin ich wir müssen reden wenn er das immer sagt könnte ich in eine echt das ist so dermaßen die stellen wir mal woanders hin stellen man die hier kommen hier da waren doch hier so genau hier da passen sie wunderbar hin so das sind nämlich hier irgendwas zum anpflanzen das lass mich mal gucken sonst alles ok ja ok also von außen sieht es jetzt nicht unbedingt größer aus ok gehen wir mal rein oder wenn jemand was schnuppen hier jetzt hat sich rumgesprochen im tierreich na gut es gibt frische hinbeeren kleinen holzstück klein so das war's nein nein mehr gibt es nicht sonst was du du dich und dann hast du probleme mit deinem kleinen magen denn da hier war was in der stelle ja tatsächlich oh mein gott tatsächlich hier na das ist ja riesig das ding da kann man nicht einmal drauf 540 kostet es bloß aber die farben müssen wir noch ändern können das ist ein schönes bett ja was steht da drauf n bl komisch komm mal da was ist denn das das wäre jetzt cool gewesen wenn man da raus könnte ok hallo weiße gestrickte winterhandschuhe was kosten die denn 600 banane freundlich so kelle zu skat zurück oh da wird es schon übel weil es ist so der wird uns jetzt wieder an anmeckern weil wir zwar jetzt die die neue form haben die ganze kuschelwuschelbande ist schon da apfelrapfel so der kollege kriegt dann auch ein apfelrapfel so bitteschön einen süßen roten festen knackigen rapfel so jetzt schnell weg sonst kriegen wir es überhaupt nicht mehr los die zwei kleine wo ist ein scar wir müssen in der nächsten folge müssen wir ariel leveln wo ist ein scar da ist er jetzt schauen wir mal was hast du interesse an einem kleinen quid pro quo du bist zurück bedeutet das dass ich mein meinem ganzen königreich umherstreifen kann ich meinte natürlich deinem tag oder hast du noch mehr langweilige fragen es gibt noch ein kleines problem ich habe die form aber ich weiß nicht was ich damit machen soll ich bin nur von idioten umgeben sehen meine pfoten aus als wären sie für solche dinge gemacht oh Junge heute ist das aber schön Miki wo bist du denn ach hier die kleine maus seufzt sich erinnere mich allerdings an etwas vor dem vergessen hast du dafür trockenes holz gesammelt und dinge hergestellt die du eisenbaren test aha oh dann ist da natürlich noch die kleine sache mit den löwen krallen die du hinzugefügt hast wo finde ich denn löwen krallen du musst in der nähe der klippen dafür du musst in der nähe der klippen auf der sonnigen ebene suchen jetzt lauf und vergiss nie das bleibt unser kleines geheimnis okay holzhammer eisenbaren hammer sonnige ebene komm wohl hi maui du halbgott aller halbgötter du sonnenstähler stehler sonnen sonnenmensch so klack 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 so jetzt müssen wir mal gucken sonnige ebene irgendwas mit einem wasserfall da ach hier ja können wir machen komm Wally ok wisst ihr was diesen einen quest ich habe die sonnenbrille auf weil es gibt diesen einen quest hier aber ich finde die truhe und den schlüsselteilen nicht hier steht nur bewaffnet mit waffen bewaffnet mit wissen und der brille der schatten magst du dich auf der suche nach dem schatz hm können wir hier mal ein bisschen gucken oh ist hier schön ja 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 hier bauen wir das dorf her hier ist es schön hell die leute können was sehen aber das ist ja wirklich ein komisches ding hier so da ist Remi wo geht der denn hin Remi der ist das seine sachen das ja goldig so was haben wir denn hier schönes dann kann man hier viel ausbuddeln ok war man da schon drin ach ja da ist ja die andere gegend dahinten na gut in der nähe des was der klippen ok da schauen wir mal ladies and gentlemen ach gold gibt es hier ok gold ok cool ja das schaut doch ganz gut aus hier die schaufel wird jetzt verbessert das heißt ich hatte früher schon mal eine bessere schaufel habe aber alles wieder verloren dankeschön und diamanten vielen dank ach wole du bist so nett und gold haben wir auch noch kriegt schauen wir mal was es hier so alles gibt gar nichts was soll ich jetzt hier machen ich habe schon vier löwen krallen wo kommen die denn auf einmal her ok vier krallen habe ich schon na gut scheint ja nicht so schwer zu sein vielleicht waren die da rumgelegen jetzt habe ich sie schon waren die eingebuddelt ok na gut also anscheinend muss man naja klar schaufeln stelle her das ist jetzt der einzige ort wo es kein ding gibt kein keine werkbank kommen wollen ich muss doch ganz ehrlich sagen einen moment noch mal was kommt denn da für eine meldung was kommt denn da bitte für eine meldung so weiter geht's so also kommen schaufel herstellen ja die 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 also ich sehe mich hat frei muss dafür dann eher abend also früh arbeiten wenn die leute alle hunger haben und dann wieder arbeiten abends nachts und nachmittags hat er dann frei so was soll ich jetzt herstellen löwen kralle schaufelkopf fünf löwen krallen die haben wir einfach ausgebuddelt sonnige ebene eisenbarn hat man noch trockenes holzhammer und eine schaufel form die wir beim quest bekommen haben naja mit löwen krallen löwen kralle schaufelkopf ok ok was für ein name löwen krallen schaufelkopf wie heißt denn der quest überhaupt knochen brechen knochen brechen verbesserte die schaufel mit der neuen löwen kralle schaufelkopf aha jetzt muss ich die schaufel zusammenbauen äh ok verbesserte die schaufel gucken wie das geht also entweder die schaufel einfach in die hand nehmen ne verbesserte die schaufel verbessern kann ich eigentlich immer nur an der werkbank also muss das hier gehen da ist aber nichts ich brauche eisenbarn ok wie mache ich das noch mehr wundersames wachstumselixier was ist das überhaupt was ist denn das bitte einen zaubertrank herstellen ok das machen wir im nächsten video aber jetzt geht es darum wie kann ich ah warte mal vielleicht muss ich über i reingehen es war doch oben immer ne auch nicht wie verbessere ich die jetzt weiß es nicht verbessere die schaufel mit dem neuen löwen ja ach so vielleicht mein eventar gucken was haben wir denn da schönes da haben wir es doch siegste sagst du doch die idee da haben wir es doch benutzen das war's jetzt haben wir endlich eine richtig starke schaufel aha ja die schaut anders aus die hat dieses leuchten jetzt da drin oder das war's entferne die kleine knuckknochen die die sonnige ebene übersät dort was ist das haben wir das wir haben wir genau das und eine rosa hortensie das marat will er natürlich haben weil er auch mir immer hilft da kommen dann schauen wir doch mal die deckung halb gott so mal gucken hier einen smaragd die kann normalerweise zusammen die farben wird hier nicht mehr gemacht das müssen wir mal wieder machen normalerweise zusammen glänzende smaragd smaragd da haben wir 20 stück da kann er an haben schließlich ist er derjenige ja auch der dafür sorgt dass ich immer so reichlich hier beschenkt werde was war es noch eine paprika gott goldig eine rosa hortensie fragt mich jetzt bitte nicht wurde sein könnte glockenblumen da 16 stück so jetzt kriegt er noch mal immer so schön so ruhig in letzter zeit ich mache mir sorgen ich habe so das gefühl dass irgendwas nicht stimmt paprika da kann ich jetzt gar nicht so viel sagen die steine kohle gold paprika da müssen wir mal gucken hier wir haben nur zwei paprika da müssen wir halt mal eine paprika wieder anpflanzen ich glaube aber wir haben genug paprika das glaube ich auch so schau mal na 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 wo ist jetzt die andere hin habe ich die jetzt gegessen schau mal ich habe geschenke für dich weil du mir immer geschenke machst ja hier eine paprika eine blume und ich gebe dir auch glaube ich noch ein smaragd hier 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 ach du kleiner kuschel so kommen wir jetzt gehen wir mal hier noch die knochen entfernen ich habe zwar ehrlich gesagt keine ahnung was das verknügel knochen sein sollen aber das werden wir jetzt gleich erfahren kommen gehen wir mal das ist ja gleich hier oben ich muss mal die lampe weg machen ich glaube immer falsch das ist eng hier so mal anders machen hier das sehe ich jetzt das erste mal dass das hier scheiteng ist hier kommt da kann er durch da kommt ja kann er durch mal hier wieder ein bisschen schönes grün her ich glaube jetzt haben wir einfach mehr platz und die reihe da kann man dann auch so langsam wieder weg machen das war ja nur so zu sagen am anfang als hier wirklich alles das geld gebraucht worden ist das gemeint hier mit genug knochen oha dann kann ich dieses komische ding da weg machen was mich schon die ganze zeit stört hat das sind genug knochen das können wir lassen das ist nicht so schlimm wir haben nur die zweite stört das muss ich machen fünf soll ich weg machen das ist mir so eigentlich gar nicht auffallen 3 auch da kriegt man leben da schon her eine natürliche leben quelle ist das aber nicht okay die blumen nehmen wir mal mit der rote die scheint recht selten zu sein das war es schon kommen da ist nur ans tatsächlich das ist das ist mir noch nicht aufgefallen maui hat sich versteckt voll gerne das ist ja echt wahnsinn kann ich denn ach jetzt kann ich da rein oder was das nein das sind die großen ach du meine güte kann ich da immer noch nicht rein das geht ja richtig hinten richtig weiter seht ihr das dahinten ist noch ein Teich ok ah die großen kann ich nicht weg machen das ist ja wahnsinn und da kann ich auch nicht drüber ok na gut dann gehen wir nochmal zu ska zurück ich bin zu froh wenn das mit ska vorbei ist weil ich hänge mit dem so ungern rum wo wir haben ihn alle täglichen geschenke schon gegeben in hummer thunfischburger und die gebratene seeteufel leckerei und jetzt ist er auf 9 ja gut gartenarbeit ist ja ziemlich schnell das heißt ich könnte ihn mal mitnehmen ich muss mal wieder ein bisschen geld verdienen ja übertrieben jetzt noch ähm tatsächlich zehn leben das ist cool zehn leben was ist denn das hier die kann man da rein tun und da rein tun die kann man dann essen das sind blümchen ok eigentlich könnte es andersrum immer alles ein bisschen schon sortieren das könnte eigentlich da her so war das früher immer und ja komm wo ist es gar wo ist denn der der könig der möchte gerne könig kann ich denn das jetzt entfernen ja tatsächlich das kann ich als entfernen ganz ehrlich das ist mir überhaupt nicht aufgefallen das sind die großen das sind die kleinen ich habe die immer weg gemacht ok hat er nicht irgendwas von ach so eisenbarn ja richtig die hatten wir schon ok na komm wo ist denn der mister jetzt noch wieder runter hier karte und dann scar da ist er ja mein gott er ist gleich daneben nils ist doof ja das ist wenn man stundenlang spielt dann ist irgendwie doch mal ein bisschen wo ist er da ist er also gut gott sei dank mal schauen was er sagt hier drüben wenn du so freundlich wärst ja ich bin mal gespannt ob der wieder zurück kommt er sei gegrüßt ich bin nur von idioten umgeben nennst du mich einen idioten ich nenne dich einen halben idioten du hast die arbeit nur halb erledigt du bist die kleinsten knochenlos geworden aber die größten sind noch da und teilen die sonnige ebene in zwei hälften ja das ist mir auch schon aufgefallen ich nehme an das muss genügen fürs erste aber ich werde mich nicht lange damit zufrieden geben nur über die hälfte meines königsreichs zu herrschen so dann machen wir mal in der nächsten folge weiter und gucken mal ob man jetzt endlich mal die großen knochen dann beseitigen können ich würde mal sagen das war's hättest du interesse an einem kleinen quid pro quo ja an knochenbrechen das war der quest und ich danke auch wally dass er wieder da war ja wally ja jetzt schauen wir mal wie es weiter geht weil er hat noch ein quest für uns aber das machen wir in der nächsten folge bis dann tschüss er ist das wo immer so singt er ist das wo immer so singt auf